Ich trinke noch ein Mandelwasser, weil ich es kann. Das ist zwar mein letztes, aber egal. Aber ich muss auch mal die Taschendampe anmachen. Und jetzt brauche ich auch noch ein Mandelwasser. Alter, wie oft ich Mandelwasser brauche. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Mit meiner mentalen Gesundheit. Ich werde einfach viel zu schnell verrückt. Ja, solltest du vielleicht mal zur Therapie gehen oder so. Ne, die legen mich alle nur noch ab. Ah, da ist eine Motte. Da, da. Irgendwo ging es hier weiter, aber ich weiß nicht mehr wo. So einen Scheiß merke ich mir nicht. Ah! Uh! Ah! Ich kann nicht mehr sprinten. Nein! Auf! 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 Ich bin auch so tot. Ich bin tot. Hallo! Vorsicht! Oh oh! Wenn du ein Ventil siehst, benutze es. Ja, wenn ich es sehe. Ich glaube das schaffst du nicht. Ja. Hey! Was die Leute so rumliegen lassen. Sich selbst zum Beispiel. Immerhin sind wir schon weiter woanders gesport. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Außer dem Thermometer. Aber hier geht es weiter. Ja, da geht es weiter. Ich bin dead. D-E-D. Ich hatte nur einen Thermometer. Das ist nicht richtig. Äh. Ich weiß nicht mehr wie man hier nochmal rum kam. Ich kann dir das Ventil anmachen. Genau die ist da auch noch. Und du bist sowas von tot. Oh. Nein. Ich bin nämlich gut. Das war. Äh. Ich wollte dich nur anspornen. Hier bist du dann geflüchtet. Ah! Ich hab's nicht getroffen! Wow! Ich hab das Ventil nicht richtig erkannt. Ich hab einfach nur F gespammt wie so ein verrückter gerade. Ah! Ah! Ich bin so tot. Ich wurde durch die Wand getötet. Ja! First try! Hey, wir sind wieder hier. Wir sind die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ich hör gar nichts. Das kommt gleich. Wenn das näher kommt. Oh. Hey, das klingt wie ein Pferd. So. Habe ich's geschafft. Ich hab's auch geschafft. Ah! Ach das ist... Ist das der? Pass auf, dass die Tabellen äh... Ja. Dass du dich unter den Tabellen verstecken kannst. Das ist nicht ne schöne Musik. Hier? Machen wir mal Hilfe. Ah, das ist schon wieder flüssiger Schmerz. Äh. Oh Gott. Das ist ein Pico. Das ist ein Pico. Du darfst dann nur weiter, wenn die Musik wieder läuft. Also äh... Das ist Mandelwasser. Das darf ich nicht einmal lang. Ich würd's jetzt nicht machen. Dann geht denn die wieder los, die Musik? Ja. Ja. Und jetzt? Jetzt müssen wir da lang crouchen. An den Viechern vorbei. Aber es kann sein, dass die Musik gleich... Ja. Schön, ne? Du solltest vorgehen, wenn du weißt, wo es lang geht. Hey, vor... Die würden... Das Mikro abhören. Das wär lustig. Ich hoffe, die Musik hört ja schlecht auf. Es gibt ja so ein Spiel, wo das Mikro abgehört wird. Wie hieß das da nochmal? Ja, Little... Little Company... Da wird das auch abgehört. Ja, das auch, aber ich meinte... Ich meinte... Wie hieß das? Nee, mit diesem Michael Jackson-Fiechter. Alter. Ich meinte... Ja, wie hieß das denn nochmal? Dann lass dich ein bisschen... Bisschen platzen. Wow, ich weiß... Danke. Ich hab dir einfach den Weg blockiert. Ach, schön. Das ist einfach zwei drunter. Du hättest auch an der Seite durch können. Bei mir macht der immer noch... Wie macht der... Ah... Danke. Haha, ich bin gut! Nicht... Saft. Aber ich hab's weiter geschafft als Torge. Ja, stimmt. Ich hab's nur... Ich bin nur gestorben, weil... Dein Fett-Arch mich blockiert. Dein Fett-Arch mich blockiert. Ja. Besser so. Worauf ist mein Energieregel? Das ist alles hier? Geh ich jetzt, schwirr. Oh, jetzt kommt das Badehaus. Oh, jetzt kommt das Badehaus. Durch welche Rutsche soll ich? Blau. Blau ist ne schöne Farbe. Okay. Ach so, ganz links. Ich wüsste... Ich wüsste, dass das so kommt. Ich bin jetzt in diesem Backrooms-Ding. Backrooms-Ding? Ja, da muss überall... Ihr redet die Richtung gleich aus. Oh, ich glaub ich hab dich gesehen. Hallo? Ich bleib einfach mal jetzt da wo... Hallo. Tja, wo war denn das? Ich sag jetzt mal rechts, ne? Rechts ist immer gut. Folge deiner Stimme. Oh, mein Lieblings-Level. Ist das jetzt... Das ist wie bei mir zu Hause. Ja, das ist das. Ja, guck mal, das Peter... Kannst du auch nochmal die... die nicht anmachen? Der hat Ohren. Glaub ich. Oh, tatsächlich? Ja. Oder hör noch. Okay. Okay, los. Ich bin jetzt wieder zu fett. Ah! Ich bin dead. Mann. Du wusstest, was Turf geht schon. Ich weiß gar nichts. Ja, nein. Ja, nein. Oh, nein. Oh, nee. Ich erinnere mich. Ich hasse das. Oh, wir passen tatsächlich zusammen drunter. Das ist ja krass. Wie geht's gut? Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Mist, ich sehe. Ich habe jetzt die Zahl nicht sehen können. 32. Ähm. Jetzt noch zwei. Okay, das ist ja beschissen. Ich glaube, eine sehe ich da hinten. Ich glaube, er sieht mich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Theoretisch kann ich ihn ja ablenken. Ich habe eine. Ich habe zwei. Das ging jetzt erstaunlich gut. Müssen wir nur lebendig zu dem PC kommen. Er ist bei mir so halb. Okay, ich komme hin. Ich komme hin. Oh, eine Gehregel. So, und jetzt? Ah, das Viech ist einfach weg. Hey, hallo. Komm hier in die Mitte. Oh, nee. Oh, was ist das denn da? 94 müssen wir, okay. Weißt du, was noch lustiger ist als 24? 25. 25. 25. 94. Und jetzt? Und jetzt? Wie? Wenn einfach runter springt. Okay. Wenn du das sagst. Tschüss. Mach mal Bescheid, ob das klappt, weil wir haben das mit der richtigen 94 gemacht und nicht mit der die vorher kam. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch geht. Also, ich bin jetzt in einem weißen Nichts. Das wird immer, ich backe, ich backe ein bisschen. Okay, ich bedier's. Es wird immer heller. Peter? Ah, sehr schön. Oh, ich bin noch 6p. Das ist meine Nachbarschaft. Wenn's dunkel wird auf einmal, dann musst du ins Haus, Licht ausmachen und irgendwo verstecken. Im Schrank oder unter dem Bett. Und die Sonne geht ganz schnell unter auf einmal. Also, das kannst du gar nicht. Mit einem Mal geht die Sonne plötzlich unter. Warum geht die denn? Wow, ich hab gedacht, jetzt geht die mal unter und jetzt, pass mal auf, sobald ich jetzt losrenne zum nächsten Haus, geht die sofort unter. Ich mach das jetzt einfach. Ich werd sowas von verrecken. Bleib hier. Ich sterbe gleich. Ich muss mir anziehen, wegen wie du drauf gehst. Na, danke. Ich hätte einen Umzug zu haben. Den kannst du sogar mitfahren. Der geht echt nicht unter. Also, ich bin jetzt beim nächsten Mal gelangt. Gut, ich probier's jetzt, aus gut Glück, renne ich jetzt auch zum nächsten. Zwar nicht zu dem, den du jetzt gekommen bist, aber ich renne jetzt mal zu dem. Jetzt geht die Sonne unter, war ja klar. Also, du musst jetzt ins Haus rein, Tür hinter dir zumachen, das Licht ausmachen und dann versteckst du dich entweder im Schrank oder unter dem Bett. Ich hör wieder normale Geräusche, aber hell ist es noch nicht. Ich komm dir entgegen. So, man kann mit den Vans. Kannst du mitfahren, ja du gehst einfach hinten rein, aber die fahren total langsam. Egal. Das ist schöne Musik. Ich nehm den hier. Ich brauch schon wieder ein Mandelwasser, was ist denn los? Ach, hier ist mein Mandelwasser. Das ist doch nicht mehr normal. Und diesmal auch wirklich. Ich hab nur Mandelwasser, hier ein Stück oder so. Dann denke ich kann hier einfach mal meins trinken. Lass mir in die falsche Richtung offen gehen. Ich werde erster, hahahaha. Ist doch egal. Nö, das darf mir nicht egal sein. Ohohohohohoho. Ja, passt ruhig. Riecht die Häuser noch ab. Oh, oder auch nicht. Ohohohohoho. Wird die Sonne unter? Ja. Nein! Nein! Oh nein! Fuck. Ich bin safe. Ich auch. Hört die Straße einfach auf, was soll das? No. Mal gucken, was man im Sportunterricht gelernt hat. Alter, bist du gerade durch mich durchgeklettert? Ich hab nichts gesehen. Dein Skinder ist gerade einfach durch mich durch nach oben. Äh, okay. Hallo. Ist das Paget der Clown? Das ist, äh, Torge. Ja, Achterbahn fahren. Hallo, trittest du mich? Ach so, äh, hattest du das mitgekriegt? Nee. Nö, dann sag ich nichts. Dann stirbst du jetzt einfach. Oh. Es wird jetzt dunkel und dann kommt der und, äh, du musst ihn ansehen, wenn er auf dich zukommt. Ich hab mich damit schwer getan, den zu sehen. Weil, äh, ich, weiß ich nicht. Da war er gerade. Oh nein. Wir haben ihn doch. Oh man, nein. Oh, jetzt kann ich nicht Bahn fahren. Ja, ich kann Bahn fahren. Und ich, und ich, und ich sehe nicht mal, was alles dunkel geworden ist. Oh, stream. Sag Bescheid, wenn, wenn ich irgendwie wieder da bin oder so. Wirst du laden bei dir. Ah ja, ich bin wieder da. Ähm. Ähm. Alter. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Was ist denn? Ist das Vieh da um die Ecke gekommen? Sind wir gerade hergekommen? Sind wir gerade hergekommen? Sind wir sicher? Ja, hier ist es. Ja, hier ist es. Hier ist doch die Tür. Hä? Hier? Nee. Ich weiß es nicht. Oh nee. Ey, Mann.